Die Digitalisierung verändert unser Leben und unsere Arbeit. Die Frage, wie die Menschheit in Zukunft leben wird, beantworten wir alle gemeinsam. Auf allen Kontinenten, in allen Ländern der Welt. Diese Herausforderungen sind große Chancen. Für uns alle. Die globale Gesellschaft der Zukunft braucht unser Know-how, unsere Kreativität und unsere Leidenschaft. Sie braucht uns als Wegbereiter für eine nachhaltige Entwicklung in allen industriellen Sektoren. Wir alle gemeinsam können die richtigen Antworten auf die großen Fragen von heute und morgen geben. Gemeinsam werden wir die All Electric Society erfolgreich gestalten und damit einen bedeutenden Beitrag für eine in jeder Hinsicht nachhaltige Zukunft der globalen Gesellschaft leisten. Empowering the All Electric Society 업gabe auf Armelgabe für die Zukunft der Wegbereiter wurde. Kanzler car Untertitelung des ZDF, 2020